Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 23. August und wir werden unsere erste Fahrradtour starten. Es ist jetzt kurz nach 10 Uhr und wir fahren hier von Sölden-Innerwald nach Wendt zur Hängebrücke. Alles klar? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist so laut, man versteht kaum sein eigenes Wort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind jetzt in Wendt, endlich angekommen, bei schönstem Wetter und jetzt schauen wir uns nach einem Café. Und das Stück fahren wir der Herr Reuter. Ja, wie ist es dir ergangen? Ja, erstaunlich gut. Also es war zwar anstrengend und man musste ganz schön treten, aber es ist gelaufen. Es war ja auch nicht so steil, mal 10% oder sowas. Aber sonst insgesamt war okay, ne? Die Strecke war auch nicht so lang. Ja, 18 Kilometer, glaube ich. Ja, jetzt fahren wir noch ein Stückchen der hinten raus in Richtung Hängebrücke. Okay. Und das sind, glaube ich, nochmal zwei Kilometer. Und dann machen wir nur kurz den Rast und dann geht's wieder retour. Okay. So, wir müssen da rechts hochfahren. Hörst du? Zum Geier war die hoch. In diese Richtung Fendt. Und dort vorn, Rofen. Und links davon, die Hängebrücke. Und da fahren wir jetzt hin. Ich kann ja mal die hoch. Ich kann ja mal die hoch. Musik Musik Schöne Ferne Musik Ziemlich langer, oder? Der Wind, der Winter sind, ist die Wind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017